Hi, mein Name ist Matteo. Mein Name ist Natascha. Und ich bin Yannick. Und wir freuen uns, euch im Namen der ÖH mit Wien den virtuellen Probe-Meter-T vorzustellen. Es geht uns hierbei darum, euch für eure Test-Simulationen realistische Zeitangaben und Durchsagen anzubieten. Mit den Timestamps könnt ihr entweder zu einem Test-Test springen, den ihr gerade durchgehen wollt, oder aber den ganzen Meter-T von vorne durchgehen. Und wenn ihr keine eigenen Unterlagen oder Simulation habt, könnt ihr euch gleich unter diesem Link herunterladen. Für weitere Informationen zum Studium und zum Meter-T könnt ihr uns auch gerne über Instagram und Facebook unter diesem Link folgen. Wir wünschen euch alles Gute und viel Erfolg bei der Vorbereitung. Basiskenntnis-Test für medizinische Studien. Dieser Aufgaben-Typ soll ihr naturwissenschaftliches Hintergrundwissen prüfen. In den folgenden Aufgaben werden mehrere Fragen zu verschiedenen Themen aus den Bereichen Biologie, Chemie, Physik und Mathematik gestellt. Ihre Aufgabe ist es, eine der unter den Lösungsmöglichkeiten A bis E angegebenen Antworten auszuwählen, die die Frage am besten beantwortet. Jede Frage lässt sich beantworten. Es gibt nur eine richtige Antwort pro Frage. Der Basiskenntnis-Test für medizinische Studien lässt sich in vier Test-Teile unterteilen, entsprechend in vier Aufgabenbereichen. Für Biologie haben Sie 30 Minuten Zeit für 40 Aufgaben, für Chemie 18 Minuten für 24 Aufgaben, für Physik 16 Minuten für 18 Aufgaben und für Mathematik 11 Minuten für 12 Aufgaben. Sie dürfen während eines Testteils nicht zum nächsten oder zum vorherigen Testteil blättern. Sie dürfen während eines Untertests die dazugehörigen Aufgaben in einer beliebigen Reihenfolge lösen. Dies gilt auch für die Testbereiche manuelle Fertigkeiten, kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten und sozial-emotionale Kompetenzen. Nehmen Sie Ihr Schreibgerät zur Hand, blättern Sie um und beginnen Sie jetzt! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. 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 Stopp! Legen Sie Ihre Schreibgeräte beiseite und blättern Sie bis zum Stopp-Zeichen für den Aufgabenbereich Mathematik. Der Untertest Mathematik ist beendet. Wir machen jetzt mit dem nächsten Tester manuelle Fertigkeiten Drahtbiegen weiter. Das Aufsuchen des WCs ist in den letzten 30 Minuten nicht möglich. Bitte blättern Sie jetzt um. Drahtbiegen Dieser Aufgabentyp soll überprüfen, wie effektiv Sie mit gegebenen Werkzeugen eine Aufgabe erfüllen können. Die Aufgabe besteht darin, zwei im Durchmesser 0,7 mm starke, federharte Stahlträhte entsprechend einer vorgegebenen Vorlage mithilfe zweier Zangen zu biegen. Jede Drahtvorlage besteht aus vier Figuren. Der fertig gebogene Draht muss auf der Papiervorlage flach aufliegen. Unterlagen und Materialien, welche von der Universität zur Verfügung gestellt werden. Eine Weingartzange, eine Hohlkehlzange, ein Farbstift zum Markieren der Biegestellen, zwei dinder Vierblätter mit den aufgedruckten zu biegenden Figuren, zwei Stück 0,7 mm durchmessende federharte Drähte. Es werden ausnahmslos kein Ersatzdraht sowie keine Ersatzvorlage ausgehändigt. Die Drähte weisen an einem Ende einen vorgebogenen Ring auf. Dieser Ring dient als Referenz bei der Auswertung und darf nicht verändert werden. Mit den zur Verfügung gestellten Materialien und Werkzeugen sollen alle geforderten Figuren gebogen werden. Die Verwendung zusätzlicher Materialien oder Werkzeuge ist verboten. Für die folgenden zwei Aufgaben haben Sie 30 Minuten Zeit. Blättern Sie um und beginnen Sie jetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. 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 V's Tor 언� Honoré Vontées bei einem Stopp. Legen Sie Ihre Zangen und Drehte bei Seite. Der Untertest Drahtbiegen ist beendet. Bitte blättern Sie jetzt um. Formenspiegeln. Dieser Aufgabentyp soll überprüfen, wie effektiv Sie Figuren nach grafischen Vorgaben spiegeln können. Ziel ist es, eine vorgegebene Form gespiegelt nachzuzeichnen Unterlagen und Materialien, die zum Aufnahmetest von der Universität gestellt werden. Ein blauer Kugelschreiber, fünf DIN A4-Blätter mit den vorgegebenen Formen. Es werden ausnahmslos keine Ersatzblätter ausgeendet. Hilfsmittel wie zum Beispiel Lineale, Geodreiecke oder Zirkel und dergleichen sind verboten. Vorgehen beim Formspiegel Sie finden auf der linken Seite Ihrer Vorlage eine gezeichnete Form mit vier Orientierungspunkten. Diese Form ist an der eingezeichneten Spiegelachse auf die rechte Seite gespiegelt zu zeichnen. Auch hier finden Sie als Referent die vier Orientierungspunkte, welche exakt die äquivalenten gespiegelten Positionen markieren. Als Unterstützung dient ein hinterlegtes 5x5 mm Raster. Gestattet wird die selbstständige Einzeichnung von maximal vier zusätzlichen Hilfspunkten als Hilfestellung zur Spiegelung der Form an beliebigen Stellen auf der rechten Seite. Die Größe der erlaubten zusätzlichen Hilfspunkte darf die Größe der in der Vorlage vorgegebenen Hilfspunkte nicht übersteigen. Das Blatt darf nicht geknickt oder gefaltet werden. Für die folgenden fünf Aufgaben haben Sie 30 Minuten Zeit. Blättern Sie um und beginnen Sie jetzt! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Stopp! Legen Sie Ihr Schreibgerät beiseite und blättern Sie zum Stopp-Zeichen des Untertest-Textverständnis vor. Der Untertest-Textverständnis ist somit beendet. Schließen Sie bitte Ihr Testheft. Die Mittagspause beträgt eine Stunde. Kommen Sie wieder rechtzeitig zurück. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Stopp! Legen Sie Ihre Schreibgeräte beiseite und blättern Sie bis zum Stopp-Zeichen für den Aufgabenbereich Formspiegeln. Der Untertest Formspiegeln ist beendet. Schließen Sie bitte Ihr Testheft. Die Mittagspause beträgt eine Stunde. Kommen Sie bitte wieder rechtzeitig zurück. Kommen Sie bitte überlegen die nächste Woche. Kommen Sie bitte überlegen die nächste Woche. Vielen Dank. 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 Minuten Zeit. Nehmen Sie Ihr Schreibgerät zur Hand, blättern Sie um, beginnen Sie jetzt. Vielen Dank. 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 Es ist Ihnen. Vielen Dank. 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 Aufgaben. In 15 Aufgaben haben Sie 20 Minuten Zeit. Blättern Sie um und beginnen Sie jetzt. Stopp. Blättern Sie vor bis zum Stoppzeichen Gedächtnis und Merkfähigkeit. Der Untertest Gedächtnis und Merkfähigkeit ist somit beendet. Der folgende Untertest lautet Zahlenfolgen. Dieser Aufgabentyp soll überprüfen, wie gut Sie Muster erkennen können. In den folgenden Aufgaben bekommen Sie Zahlen, deren Folge nach einem System abläuft. Das System wird ausschließlich auf den vier Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division beruhen. Ihre Aufgabe wird es sein, das System zu erkennen und die Zahlen logisch zu vervollständigen. Für die folgenden 10 Aufgaben haben Sie 15 Minuten Zeit. Nehmen Sie Ihr Schreibgerät zur Hand, blättern Sie um, beginnen Sie jetzt. Vielen Dank. 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 Also, ich bin mal dem Start. Fraktion, Multiplikation und Division beruhen. Ihre Aufgabe wird es sein, das System zu erkennen und die Zahlenfolge logisch zu vervollständigen. Für die folgenden zehn Aufgaben haben Sie 15 Minuten Zeit. Bitte nehmen Sie Ihre Schreibgeräte wieder in die Hand, blättern Sie um und beginnen Sie jetzt! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Für die folgenden 25 Aufgaben haben Sie 15 Minuten Zeit. Nehmen Sie Ihr Schreibgerät zur Hand, blättern Sie um, beginnen Sie jetzt. Vielen Dank. 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 Stopp. ... länderspezifischen Begriffe verwendet. Für die folgenden 15 Aufgaben haben Sie 20 Minuten Zeit. Nehmen Sie Ihr Schreibgerät zur Hand, blättern Sie um und beginnen Sie jetzt! Untertitelung des ZDF, 2020 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 sich logisch zwingend aus den beiden Prämissen ableiten lässt. Sie sollten bei den angegebenen Prämissen von der Tatsache ausgehen, dass sie wahr sind, auch wenn sie nicht ihrer Erfahrung entsprechen. Für die folgenden zehn Aufgaben haben Sie zehn Minuten Zeit. Nehmen Sie Ihr Schreibgerät zur Hand, blättern Sie um, beginnen Sie jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Stopp! Legen Sie Ihr Schreibgerät beiseite und blättern Sie zum Stopp-Zeichen das Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 regulieren. Mit diesem Aufgabentyp wird Ihre Fähigkeit gemessen, wie man in bestimmten Situationen mit Emotionen effektiv umgehen kann, um bestimmte Ziele zu erreichen. Es gibt folgendes für die Bearbeitung zu beachten. Sie bekommen Impulstexte, die Konfliktsituation darstellen. Ihre Aufgabe ist es, die Zielsetzung, die für jeden Konflikt beschrieben ist, mittels der im Text erwähnten emotionalen Fähigkeiten zu erreichen. Dabei kann nur eine der angegebenen Lösungsvorschläge der am besten geeignete sein. Sie sollen sich sicher sein, dass Sie bei jeder Aufgabe nur einen Lösungsweg für den jeweiligen Konflikt gewählt haben. Sollte keine oder mehrere Antworten angekreuzt werden, wird die Aufgabe mit 0 Punkten bewertet. Für die folgenden 12 Aufgaben haben Sie 18 Minuten Zeit. Nehmen Sie Ihr Schreibgerät zur Hand, blättern Sie um, beginnen Sie jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Aufgabenbeschreibung für den Untertest Gedächtnis und Merkfähigkeit. Dieser Aufgabentyp soll überprüfen, wie lange Sie sich an gelernte Fakten erinnern können. Ihre Aufgabe wird es sein, sich an die 8 Allergieausweise zu erinnern und Fragen dazu zu beantworten. In der Prüfphase ist es Ihnen erlaubt, Informationen zu den Allergieausweisen zu notieren. Ein Zurückblättern zu den Ausweisen ist nicht gestattet und führt zum sofortigen Testausschluss. Für die folgenden 25 Aufgaben haben Sie 15 Minuten Zeit. Nehmen Sie Ihr Schreibgerät zur Hand, blättern Sie um und beginnen Sie jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertiteldung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Stopp Legen Sie Ihre Schreibgeräte beiseite und blättern Sie bis zum Stopp-Zeichen für den Aufgabenbereich Gedächtnis- und Merkfähigkeit Der Untertitelung des ZDF, 2020 ist beendet Bitte blättern Sie jetzt um Emotionen regulieren. Mit diesen Aufgaben wird Ihre Fähigkeit gemessen, wie man in bestimmten Situationen mit Emotionen effektiv umgehen kann, um bestimmte Ziele zu erreichen. Es gilt folgendes für die Bearbeitung zu beachten. Sie bekommen Impulstexte, die Konfliktsituationen darstellen. Ihre Aufgabe ist es, die Zielsetzung, die für jeden Konflikt beschrieben ist, mittels der im Text erwähnten emotionalen Fähigkeiten zu erreichen. Dabei kann nur einer der angegebenen Lösungsvorschläge der am besten geeignete sein. Sie sollten sich sicher sein, dass Sie bei jeder Aufgabe nur einen Lösungsweg für den jeweiligen Konflikt gewählt haben. Sollten keine oder mehrere Antworten angekreuzt werden, wird die Aufgabe mit 0 Punkten bewertet. Für die folgenden 12 Aufgaben haben Sie 18 Minuten Zeit. Nehmen Sie Ihr Schreibgerät zur Hand, plättern Sie um und beginnen Sie jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Stopp. Und... Möglichkeiten angekreuzt sein, wird die gesamte Aufgabe mit null Punkten bewertet. Sollte für eine oder mehrere Emotionen die falsche Auswahlmöglichkeit angekreuzt sein, wird die gesamte Aufgabe mit null Punkten bewertet. Sie sollten sich sicher sein, dass Sie bei jeder Aufgabe für jede Emotion eine Auswahl getroffen und diese auch im entsprechenden Antwortfeld angekreuzt haben. Für die folgenden 14 Aufgaben haben Sie 21 Minuten Zeit. Nehmen Sie Ihr Schreibgerät zur Hand, plättern Sie um und beginnen Sie jetzt. Vielen Dank. 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 Jetzt. Jetzt. Vielen Dank. 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 werden. Hierbei darf für jede Überlegung nur eine Wichtigkeitsstufe vergeben werden. Es können nie zwei Überlegungen einer Wichtigkeitsstufe zugeordnet werden. Dabei stellt die Nummer 1 die höchste Wichtigkeitsstufe und die Nummer 5 die niedrigste Wichtigkeitsstufe dar. Sollte für eine oder mehrere Überlegungen keine Antwort eingetragen sein, wird die gesamte Aufgabe mit 0 Punkten bewertet. Sollte für eine oder mehrere Überlegungen zwei gleiche Wichtigkeitsstufen angekreuzt sein, wird die gesamte Aufgabe mit 0 Punkten bewertet. Sie sollten sich sicher sein, dass Sie bei jeder Aufgabe für jede angestellte Überlegung eine Wichtigkeitsstufe gewählt und diese auch im entsprechenden Antwortfeld angekreuzt haben. Für die folgenden 14 Aufgaben haben Sie 21 Minuten Zeit. Nehmen Sie Ihr Schreibgerät zur Hand, blättern Sie um und beginnen Sie jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020